Ja, hallo lieben, ich bin Chris Heimscher, mein Partner, Beziehungscoach und ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute glaube ich echt ein wichtiges Video, warum du deine frustrierenden Erfahrungen immer wiederholst, mal im Minuspol, mal im Pluspol, mal im Täter, mal im Opfer, glaube ich, super wichtiges Video und ich werde das erstmal erklären und dann werde ich eine E-Mail dazu beantworten, die, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel ist dafür. Also guckt euch das unbedingt zu ändern. Ja, also im Grunde genommen, das hatten ja schon die Urväter der Psychotherapie, gibt es halt so einen Wiederholungszwang, also wir neigen dazu und das ist wirklich abgefahren, Situationen aus der Kindheit nachzuspielen und zu wiederholen, sage ich mal. Und das ist halt echt ein total hartnäckiges Muster, was leider auch durch unbewusste Programmierung funktioniert, was man sich natürlich nach und nach bewusst machen kann. Und das führt eben dazu, dass du zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hattest Alkoholiker, Eltern, dass du zum Beispiel eine Neigung dazu hast, Alkoholiker zu daten und das kann, oder Leute, die Süchte haben, zu daten. Und das kann sein, dass es überhaupt keine Hinweise gibt, dass diese Person ein Suchtthema hat, aber du greifst sie sozusagen, du spürst irgendwie diese Signatur und du greifst diese Person so aus dem Datingpol raus. Und viele auf meinem Kanal haben ja Schwierigkeiten, ja, mit diesen Täter-Opfer-Beziehungen, das heißt, einer ist der Böse oder der Narzisst, wie man manchmal sagt, fälschlicherweise oder vielleicht auch manchmal richtigerweise. Und einer ist der Co-Abhängige oder manchmal sagt man ja auch der Empath, was aber viel zu kurz greift, weil, kann ich euch aus langjähriger Erfahrung sagen, also Menschen, die meinen, sie werden so riesen Empathen. Tja, kann sein, aber, ja, kann auch sein, dass andere die in einer Beziehung überhaupt nicht empathisch finden, so, ne, es ist wirklich eine vertrackte Sache und man kann da wirklich graue Haare drüber kriegen, warum man dann mal so ist, mal so ist. Und, ja, ich versuche das heute mal so ein bisschen anders darzustellen und zwar an dem Beispiel Good Cop, Bad Cop, das kennt ihr vielleicht diese Begriffe aus, Film und aus Verhörtechniken, wo, ja, ist jetzt ein bisschen lockere Analogie, aber, ja, wo man sozusagen der Vernehmende, so den bösen oder den lieben Polizisten spielen kann. Und ich benutze diese Begriffe mal für diese beiden Rollen in der Beziehung, ne, der Good Cop und der Bad Cop, also der Good Cop wäre der nette, Anführungsstrichen, Empath und der Bad Cop ist der böse, der Narzisst und, äh, oder was, ich benutze die Begriffe jetzt auch einfach nur als Label, nicht, dass es wirklich immer Narzissen wären, aber, äh, gut, verstehen die Leute, glaube ich, am ehesten, was, äh, gemeint ist. Und wenn du so ein Good Cop, Bad Cop, äh, Geschichte in der Familie hast, äh, neigst du dazu, das zu wiederholen. Das wollen wir jetzt mal so ganz, äh, simpel aufmalen. Ich hoffe, das funktioniert das ganz gut. Also wir haben hier, äh, so, ein Good Cop, weil ich kann leider, ja, muss ich, glaube ich, nicht erwähnen, dass ich nicht besonders gut malen kann. Und, äh, wir haben ein Bad Cop, so, vielleicht denkst du, ähm, ich bin der, der Good Cop, also du bist hier der Good Cop und das ist hier der Böse, der dich schlecht behandelt. Also du neigst dazu, wenn du diese, äh, kann ich hier nochmal dranschreiben, äh, wenn du, so, gut, und Breaking Bad, so. Äh, du neigst dazu, wenn du sowas aus der Familie kennst, neigst du dazu, wenn du dich zum Beispiel eigentlich eher, also auch wenn man sich auf die Suche macht, ist man ja in dieser, in dieser Good Cop, äh, Geschichte, neigst du dazu, ähm, dir einen Bad Cop zu suchen, ne? Also jemand, der, ähm, ja, genau dieses negative Muster deiner Kindheit vom vielleicht, äh, aggressiven, lauten, übergriffigen Elternteil, jemand, der dich nicht sieht, äh, das zu wiederholen. Warum? Weil das, ähm, weil du das kennst einfach, ne? Weil es dieser Wiederholungszwang ist, weil sich das für dich normal anfühlt, weil dich das antriggert in der negativen, aber auch in der positiven Sicht. Das triggert dich an, weil dann kannst du wieder kämpfen, du kannst um, um Aufmerksamkeit kämpfen. Es fühlt sich an, äh, wie hat dieser Stallgeruch? Dein inneres Kind, äh, sagt, geil, das ist ja wie früher, da kann ich ja meine, äh, meinen inneren Wunden kann ich jetzt hier auflösen, indem ich gleiches Szenario, aber was geht diesmal besser aus? Das wünsche ich ja sowas, innere Kind. Äh, ja, Stallgeruch, äh, all diese Sachen, unbewusste Programmierung führen zu genau dem, so, ne? So, aber, äh, genau. Was passiert denn jetzt? Nehmen wir mal an, du verstehst es jetzt irgendwann auf die Dauer, äh, dass du sagst, Mensch, ähm, mach das mal wieder weg. Äh, hab ich ja jetzt verstanden, ne? Also ich darf keine Bad Guys oder Bad Women mehr daten, alles klar, wunderbar, ne? Ist ja alles easy. Und du sagst dir jetzt, ja, also jetzt suche ich mir doch einen Good Cop, ne? So, mh, ist jetzt gar nicht mal unbedingt so als, äh, nice guy gemeint oder so, sondern einfach jemand, der gut ist, zuverlässig, äh, will dich daten, bilden feste Beziehungen mit dir, alles super, äh, macht alles richtig, prima. So, jetzt könnte man ja denken, ähm, ja, jetzt kommst du dazu, ne? Du denkst ja, du bist auch ein Good Cop, ne? Und, äh, ja, und ihr reitet jetzt, äh, in den Sonnenuntergang und, äh, alles wird happy und kriegt zehn Kinder und alles ist schön. Aber so ist es leider nicht. Wegen dieses Wiederholungszwangs oder weil diese Muster immer noch wirken, macht die fucking Kurse, kann ich auch nicht sagen, gibt auch viele für so Minuspole, äh, gehst du da rein in diese Beziehung. Und, äh, weil du dieses, das ist jetzt wirklich crazy, ne? Aber weil du dieses Muster nicht identifizierst und, äh, sozusagen sich das fremd anfühlt, gehst du dann unter Umständen in die Bad Cop Rolle. Das heißt, du wirst anstrengend, äh, zickig, kritisieren, machst vielleicht selber Sachen, wo du denkst, ach du Scheiße, bin ich denn jetzt hier der, äh, der Narzisst oder was? Also, die waren diese Begriffe, äh, sieht man an diesem Beispiel, dass die einfach nicht weiterführen, so, ne? Bin ich denn jetzt der Bad Cop? Ähm, was ist eigentlich los mit mir? Ich mach jetzt die Scheiße, ich fang an fremd zu gehen, unter Umständen, ne? Krieg ich, äh, solche E-Mails und, äh, jetzt, und, also, das ist ja schon doll, wenn man es überhaupt wahrnimmt, ne? Es kann auch sehr unbewusst sein, dass man in die Rolle reingeht und den anderen drangsaliert. Warum? Äh, weil das dann wieder die gleiche Dynamik ist, wie man sie kennt, so, ne? Und, das ist auch übrigens eine Antwort darauf, ähm, warum, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, was ist mit zwei Narzissten? Also, ich rede jetzt, wie gesagt, nicht über wirklich diese Störung haben, aber wie das immer so gesagt wird, zwei Narzissten kommen zusammen. Ähm, ja, passiert das Gleiche. Einer bleibt in der Bad Cop-Rolle und einer geht in die Good Cop-Rolle, ne? Und an diesem Beispiel, ich hoffe, du kannst das für dich auch identifizieren oder erkennen, dass das häufig so ist. An diesem Beispiel kann man, glaube ich, gut sehen, äh, dass diese, diese Begriffe wie Narzisst, Empath, so, oder wie auch immer, äh, so fluide sind, also flüssig sind. Natürlich gibt's, äh, auch echte Diagnosen, aber da reden wir ja gar nicht von. Und die sind sehr fluide und du kannst je nach Partner, äh, kannst du in die Rolle oder in die Rolle gehen. Nun, der lebt dich der eine Partner vielleicht so und der andere so. Es kann sein, dass du jemand Nettes total fertig machst und unterdrückst und jemand, äh, der dich unterdrückt, dann bist du die co-abhängige Maus, ne? Die alles mit sich machen lässt, ne? Und, äh, Ziel ist halt dieses, äh, zu erkennen, dass das so ist und sowohl Täter als auch Opferanteile in sich, äh, aufzulösen, dass man sozusagen, äh, darüber aufsteigen kann, ne? Und, aber das ist vielleicht eine Erklärung für so manche, warum sie mal diese Rolle und mal jene Rolle haben, so, ne? Ja, Janko Nebskula, ähm, die auch schon mal geschrieben hat und, ähm, ja, da kann man jetzt vielleicht mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass sie sagt, sie würde immer in die Freundschaft plus, äh, Schublade eingeordnet werden. Ähm, echt, äh, einfach mal mit der Kopf behalten und wie gesagt, ich, äh, hoffe, ich kann bringen das jetzt gut rüber, wie sich diese nette Zuschauerin, äh, unter Sachen leidet, die sie teilweise selbst inszeniert dann auch so, ne? Und das, da haben wir auch so eine Good Cop, Bad Cop, äh, Problematik. Äh, hallo, Christian, danke erstmal für deine nette, gleichzeitig auch ehrliche Art. Ähm, ich bin, äh, in den Zwanzigern und hab mich vor kurzem damit nicht gewandt. Es ging darum, dass es mir nichts, dass ich mir das jetzt nicht so unverbindlich wünsche, genau das aber ständig bekomme. Irgendwie bin ich eben die, bei der man alles locker sieht. Genau, sie hatte dann schon mal geschrieben, dass sie immer Freundschaft, äh, in Freundschaft plus Schublade geschoben wird. Und, äh, sie hat auch geschrieben, dass sie aus einer ganz schwierigen Familie kommt und, ja, nicht die, in die man sich richtig verliebt, welche ich aber natürlich gerne sein würde. Treffe ich häufig auf Männer, die mir gegenüber bindungsvermeidend und im Ego sind. Auf zwei Themen, die mehr mit mir selbst zu tun haben, bin ich jedoch nicht eingegangen. Einmal auf das Thema Polarität und einmal auf mein Bindungsverhalten. Erstmal zur Polarität, äh, würde nicht sagen, dass meine Polarität gar nicht weiblich ist. Ich habe viele Verhaltensweisen, die in einer weiblichen Polarität sind. Zum Beispiel eine empathische, liebevolle Art. Allerdings auch einige, die eher in der männlichen Polarität wären. Also dazu wird auch mal ein neues Buch gehen. Ähm, ja, genau. Ein paar, äh, das kommt aber erst nächstes Jahr. Cool, liest man ja lieber das Aktuelle erstmal, ne? Sehr schön. Äh, ein paar Männer habe ich online kennengelernt. Davon halte ich nicht so viel. Einige habe ich in echt kennengelernt. Und das ist, denke ich, auch das Bessere kennenlernen, oder? Ja, würde ich sagen. Wir sehen uns, hatten irgendwo Blitkontakt, finden uns anscheinend nicht gegenseitig attraktiv. Ich gehe in die Nähe des Mannes. Manchmal beginnt ein Gespräch, manchmal auch nicht. Ich versuche mich auf jeden Fall ansprechbar zu machen. Ja, vielleicht hast du auch meinen, äh, Kurs schon gemacht. Datingkurs für Frauen, genau, ansprechbar machen. Würde sagen, dass ich flirty bin, aber nur wenn ich merke, vom Mann kommt auch was. Ja gut, also die Frau sendet eigentlich aus meiner Sicht immer so die ersten Signale. Äh, wenn du jemanden gut findest, dann, ja, guckst, gehst du, gehst du sozusagen in seine Umlaufbahn. Ja, soweit, so gut. Äh, wir machen ein Treffen aus. Wenn das Schreiben und Treffen eines ans Planen geht, ist allerdings häufig so, dass ich nicht unbedingt darauf warte, dass der Mann mir schreibt. Ja, das würde ich nicht machen. Ähm, also die ersten zwei, drei Dates sollte der Mann auf jeden Fall die Initiative nehmen. Also das ist so ein bisschen verwirrend vielleicht manchmal, dass wenn eine Beziehung länger dauert, dann, ähm, ist es durchaus völlig in Ordnung, wenn die Frau sich viel meldet. Das ist in der weiblichen Polarität, aber am Anfang sollte der Mann die ersten Schritte machen. Das betrifft so die ersten Dates. Also dann, dass du einfach auch siehst, dass der R auch so am Start ist. Und, also wenn du da schon alles machst, dann ziehst du Männer an, die einfach, die entweder nicht in ihrer Polarität sind oder die nicht richtig interessiert sind. So, ne? Äh, so. Das ist ja alles auch noch harmlos hier. Ähm, bei Kontaktaufnahmen schreiben Vorschläge von Treffen, Unternehmungen, allgemein die aktivere Person. Ja, wie gesagt, später in einer Beziehung ist es okay. Am Anfang würde ich es nicht so machen. Auch bei Freundschaften. Irgendwie bin ich das oft gerne vermutet, dass es unbewusst eine Art Kontrollverhalten sein könnte. Wäre das möglich? Boah, schwer zu sagen. Habe oft Probleme damit, anderen zu vertrauen. Eigentlich wünsche ich mir ja mehr Aktivität vom Mann. Aber nehme automatisch viel zu mir. Ja, das würde ich halt genau nicht machen, ne? Dass du, da kommst du wirklich in die männliche Polarität, ne? Was ich oft als abschreckend einschätzen würde. Da die Männer dann vielleicht denken, ich mache sie klar, anstatt sie mich. Ja, genau. Und, äh, also lass das auf dich zukommen. Versuche es nicht. Ja, das ist vielleicht schon ein bisschen Kontrolle. Versuche es nicht, ähm. Äh, so, das muss jetzt unbedingt, äh, das sein. Und ich muss den jetzt. Und wenn der sich meldet, dann mache ich das. Und das würde ich nicht machen, ne? Auf gar keinen Fall. Das ist, äh, wirklich oft ein Einstieg in schwierige Beziehungen. Und, ähm, und genau. Und das kann auch abschreckend wirken, ne? Also lass das Leben auf dich zukommen, ne? Lass die Männer auf dich zukommen, ne? Äh, äh, was von dem Aktiven kann ich dann behalten? Wäre noch gut in der weiblichen Polarität. Ja, wie gesagt, wenn du wirklich in einer Beziehung bist, kannst du gerne Vollgas geben. Aber am Anfang sollte der Mann erstmal was machen, ne? Und vor allem, wie kann ich das hinbekommen, wenn es mir anscheinend auch gefällt, aktiver zu sein? Ja, gefällt es dir oder ist es einfach, dass du sagst, so, ich, ich bleibe ungeduldig, ich will das jetzt, zack, 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 zack. Ungeduld ist keine gute Sache beim Dating. Ja, unendliche Geduld ist da gefragt, so als Mindset, ne? Nicht, dass man das wirklich ewig aushalten sollte, aber so ein Mindset, ne? Lass es auf dich zukommen, lass das Date sich entstehen, lass den Mann dir verfallen. Also, dieses Lassen, ne? Nicht, nicht so aktiv, so, ne? Nicht, sonst kommst du auch, ja, wirklich zu sehr in die männliche Polarität, ne? Gut, soweit, so gut das machen. Nun möchte ich zu meinen Bindungswalten kommen. Es ist ganz lustig, dass du das mit den Bad Guys meintest. Eigentlich sind, einige sind sicherlich Bad Guys, dem möchte ich nicht widersprechen. Allerdings bin ich selbst oft genauso ein Bad Girl. Ja, da haben wir diese, genau diese Geschichte. Vielleicht ist sowas ja teilweise gegenseitige Anziehung. Klar, ich bin meistens im Plusbull, heißt aber nicht, dass man die Nette sein muss. Wenn manche Männer etwas über mich schreiben, würden sie vermutlich mich als die Schlechte bezeichnen. Das ist genau, was ich meine. Ich vermute mal, du changierst zwischen Plus und Minus. Vielleicht bist du auch öfter Minus, als du denkst. Und du nimmst dich vielleicht als die Nette war und die anderen als die Rumeiernde oder nicht so Nette. Das heißt überhaupt nicht, dass die Männer nicht genauso sind, ne? Aber das ist auch eine Art, emotional unter Umständen nicht verfügbar zu sein. Bei mir beginnt es am Anfang mit Lovebombing. Teilweise unbewusst, teilweise bewusst. Einerseits, da ich die Männer wirklich idealisiere. Irgendwie mag ich es aber auch, Männer um den Finger zu wickeln. Ja, da haben wir schon wieder genau dein vielleicht etwas Instabiles, wissen wir jetzt nicht, Bindungsmuster erst mal verwickeln, dass sie dir sicher sind. Dann aber auch gleich wieder, weiß ich nicht, ist das dein echtes Interesse oder ist es das Ego, frage ich mich so. Dann kommt vielleicht das Ego raus und kann ich den kriegen, kann ich den kriegen. Aber vielleicht willst du ihn gar nicht, dann siehst du, ah, ich kann ihn kriegen und dann machst du vielleicht irgendwelche komischen Sachen, die wieder Distanz bringen. So, weißt du, verstehst du? Könnte auch viel, also du hast in der Formel geschrieben, dass du sehr verlustsängstig bist. Also, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber wirkt für mich auch so, dass du unter Umständen auch eine ganze Menge bindungsvermeidende Teile hast. Allerdings übrigens selber auch so ein Bad Girl. Genau, das hatten wir schon bei mir. Ach nee, das hatten wir auch schon. Gebe viele Komplimente, betone häufig, wie besonders es zwischen uns ist. Ja, das ist Lovebombing und wie du das schreibst, merkt man schon, dass du es auch nicht ernst meinst. Und dann darfst du nicht wundern, wenn es auf der anderen Seite genauso kommt. Was ja dieses Heißmachen wäre. Sexualität spielt bei der Anziehung sicherlich auch etwas mit rein, da ich ziemlich körperlich bin und auch schnell viel zulasse. Ja gut, ich meine, das muss jeder selber wissen, aber ich denke, du hast so einen Wunsch, vielleicht auch aus Grund deines Liebeschips, also schnell Bindung herzustellen und dann ist selber unter Umständen oder dann oder auch deine Aufmerksamkeit zu bekommen oder vielleicht auch manchmal dein Ego ein bisschen gestreichelt zu lassen. Das ist ja auch, wie es ist, so sind wir Menschen halt. Und dann ist es aber, ja, könnte ich mir vorstellen, kommen wir glaube ich auch vielleicht wieder noch zu, dann ist es dir vielleicht zu viel und du schaffst Distanz wieder, weil du diese Nähe gar nicht füllen kannst. So, klar, am Anfang, wenn die ganzen Hormone reinballern, dann ja, und klar, Dating ist ja auch, hat die Natur ja auch witzigerweise eingerichtet, damit wir uns fortpflanzen. Ja, klar, gehört das alles dazu und es ist ja auch ein Spiel, mein Gott, ein bisschen in den Zwanzigern, aber ja, wo ist es ein Spiel und wo ist es ernst? Und weißt du, wenn du es als Spiel siehst, sieht es der Mann wahrscheinlich auch als Spiel. Bei dem Verhalten bin ich allerdings überkritisch, jetzt geht's los. Deswegen würde ich es auch als Heiß-Kalt-Spielchen-Verhalten bezeichnen. Das äußert sich zum Beispiel so, wir verbringen viel Zeit miteinander und ich gebe ihm schnell sehr viel Zuneigung. Das macht oder sagt er irgendwas, was mir nicht passt und ich beginne damit, das Verhalten zu überdramatisieren. Naja, sagen wir doch mal ganz ehrlich, du fängst ihn an zu kritisieren und das ist Minuspolverhalten. Egal, was er da noch sagt oder macht, wenn mir etwas nicht passt, stichle ich weiter. Ja, und sticheln ist genau der Punkt, dann ist es dir zu nah und dann schaffst du wieder Abstand. Also du müsstest das viel bewusster machen. Was mache ich ja eigentlich, dass du das, wenn du überhaupt stabile Beziehungen haben willst, dass du sagst, okay, ich muss weg von diesem Spiel. So, was fühle ich eigentlich wirklich? Also nicht, dass du jemanden einfach nur sicherst, dass er dir sicher ist, sondern will ich den eigentlich wirklich, den Typen, ne? Und wenn ich ihn will, dann wirklich den langsam rankommen zu lassen, dass du nicht gleich wieder sticheln musst und dann wirklich mal ein Spiel gucken, will ich ihn wirklich, 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 ne? Oder ist es nur ein Spiel und ich schieße ihn eigentlich schon wieder ab? Dann wärst du wirklich so richtig im toxischen Minuspol, so, ne? Die Männer nehmen Abstand, es tut mir oft leid und ich entschuldige mich. Ja, jetzt holst du ihn wieder ran, ne? Also du bist, was du hier beschreibst, ist schon sehr im Minus, ne? Danach setzt erneut Lovebombing ein, bis die nächste Sache passiert, die ich dramatisiere. Ja, du ziehst ihn jetzt durch so einen, weiß jetzt nicht, wie sehr die drunter, Männer drunter leiden, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber durch so einen kleinen toxischen Kreislauf ziehst du die Männer durch oder zumindest durch einen heiß-kalt-Ablauf, ne? Aber klar, müssen die auch gucken, warum sie das mitmachen, aber bringt dich, für dich ist die Frage, bringt dir dieses Verhalten das, was du wirklich willst? Oder ist es nicht nur ein bisschen hohles Ego-Spiel, was dich eigentlich nicht weiterbringt, ne? Und wie gesagt, es ist echt alles okay, wir machen in den 20ern alle möglichen Kram, aber wenn du da sagst, jetzt, ich will da weiterkommen, würde ich da mal gucken, irgendwie, ne? Ähm, für die Männer entsteht wahrscheinlich ein Auf und Ab der Gefühle. Ja, bestimmt. Es gab auch einige schlechte Männer, die dieses Dramatisieren angetriggert haben. Äh, genau, dann bist du, dann gehst du wieder in Good Cop und dein Typ ist ein Bad Cop, ne? Also hier sehen wir das, dass das die ganze Zeit hin und her geht, ne? Die Rollen wechseln, aber es kann nie, bei dir können es nie zwei Good Cops sein, ne? Das passiert einfach nicht, ne? Ähm, und das scheinst du dir ja irgendwie zu wünschen und da muss, wäre die Frage, wie kommt man jetzt raus aus diesem, dass sich das immer wieder wiederholt, ne? Das ist erstmal Bewusstmachung wichtig, glaube ich, ne? Ähm, durch häufige Kritik, Gaslighting und so weiter, möchte ich gar nicht alles auf mich schieben. Bei solchen Männern hatte ich Gründe für diese Reaktion. Jaja, wie gesagt, das ist, ich glaube, wenn du jemanden hast, der noch krasser ist, noch mehr Bad, dann, ja, dann kriegst du Respekt und vielleicht schießt du ab und zu mal von unten sozusagen, aber, ja, dann kriegst du Verluste, Angst, fühlst dich nach Zuliebezeit und versuchst dich vielleicht zu beruhigen oder nett zu sein. Aber wie jeder Mann ist zu lieb und zu nett, ne? Dann bist du die Bad Woman, ne? Ähm, auffällig ist aber, dass es auch passiert, wenn mir jemand keine wirklichen Gründe gibt. Ja, wie ich jetzt auch in den Videos der letzten Tage ja schon gesagt habe, es waren, glaube ich, ganz wichtige Videos dabei, wirklich die letzten Tage. Guckt euch auch mal, abonniert mal meinen Kanal auch und so und guckt euch gerade meine letzten Videos an, dass Drama überdeckt eine eventuell vorkommende innere Leere, ne, die man hat durch mangelnde Spiegelungserfahrung in der Kindheit. Und, ja, wehe, der Mann ist einfach stabil und gut, dann kreierst du Drama, weil, vermute ich, ist mein Bauchgefühl, dass du diese Leere da nicht ertragen kannst und diese Ruhe nicht ertragen kannst und auch, weil es einfach nicht dieses Muster ist, was du kennst von zu Hause, ne? Bad Cop, Good Cop, so, ne? Ewige Spiele, ne? Oder, wie du schon sagst, Bad Women und, äh, oder Batman und Bad Girl, ne, eigentlich. Äh, was sagst du dazu? Warum verhalte ich mich so und warum ist mir vieles nicht bewusst? Also, warum? Für mich ist das hoher Wahrscheinlichkeit, wiederholst du was aus deiner Kindheit da und dir ist es ja bewusst, nur du machst nichts, noch nichts drauf. Aber das finde ich schon, ich finde dich, das ist schon ein Riesenschritt, den du hier gehst, den gehen viele ja gar nicht. Und es ist wirklich zu sehen, dass du unter Umständen in einer Beziehung zwischen Plus und Minus wechselst, ich will jetzt nicht sagen Täter, aber mir fällt kein besseres Wort jetzt ein, zwischen Täter und Opfer wechselst, du weißt schon, wie ich es meine und, ja, und, äh, dass du immer wieder, äh, es darf nicht ruhig werden, ne? Also, vielleicht meditierst du mal, vielleicht sagst du deinem Freund mal so, ich möchte jetzt einfach mal drei Wochen ruhige, stabile Beziehungen haben oder drei Monate und guckst einfach mal, was es mit dir macht, weil ich glaube, das würde dich ganz schön antriggern, die Ruhe, aber das würde dich, glaube ich, weiterbringen, ne? Äh, äh, warum, blablabla, was soll ich dagegen tun? Ja, also bewusst machen, ja gut, habe ich ja schon gesagt, guck auch mal in die Bindungsangstkurse rein, glaube ich, und Modul 1 auf jeden Fall, oder auch für diejenigen, vielleicht hast du die auch schon, äh, die das hier gucken, das wären so die richtigen Kurse. Äh, kurz mal zu meinem Charakter, meinen Charakter würde ich nicht so beschreiben. Ähm, meine ruhigen und empathischen Seiten überwiegen sicherlich. Ja, also was ich dir wirklich hier hoch anrechne, ist, dass du überhaupt siehst, dass du, ähm, wie soll ich das mal sagen, Täterseiten haben könnt, also Täter ist jetzt ein blödes Wort, also dass du so Tua-Seiten, also Tua versus Lassa, so Tua-Seiten haben könntest, äh, das ist ja schon ein riesen Schritt, so, ne, weil das ist viel schwieriger, diese unangenehmen Sachen in sich zu sehen, als seine, die du sicherlich ohne Zweifel hast, seine empathische, ruhige, liebevolle Seite, so, ne, die wollen wir alle lieber sehen, ne, das würden, glaube ich, fast alle Menschen von sich sagen, dass sie, naja, nicht alle, dass sie empathen sind und, aber was ist denn da mit deiner Empathie, wenn du stichelst, weil da, vermute mal, dann gehst du in dein Drama-Ding rein und da, dem Moment bist du wahrscheinlich nicht mehr empathisch, ne, und ruhig auch nicht so, ne, also wirklich, das, dieses, dieses Wechselvolle zu sehen, für dich war die Frage, was passiert, wenn du was nicht mehr machst, was dann passiert, findest du die Männer dann langweilig, also wenn du nicht mehr dieses Heiß-Kalt-Spiel machst, das würde ich mir mal angucken, ne, äh, bei anderen Männern kann ich zwar auch dramatisieren, nur zickig reagieren, aber nicht so sehr, möchte damit sagen, dass sich sowas am stärksten bei Männern zeigt, ja, weil es, die meisten Sachen zeigen sich ja immer in Liebesbeziehungen, ne, äh, Männer haben mir oft gesagt, dass sie sogar Gefühle haben oder verliebt werden, ich jetzt durch Dramatisieren jedoch immer wieder erneut zerstöre, ja, also wenn du sagst, ähm, ja, ich glaube, ich lese mal weiter, ich glaube, da kommt noch was Rasses gleich, manchmal sehen sie drüber weg, weil sie mich mögen, allerdings stichle ich dann auch wieder bei ein paar Punkten, zum Beispiel beim Thema Exklusivität, also du sagst, du wirst immer wieder fälschlicherweise, in die Täter-Opfer, äh, in die, äh, nicht Täter-Opfer, in die Freundschaft-Plus-Schublade geschoben und jetzt in diesem letzten Absatz dieser Mail sehen wir, dass du dich da selber reinschiebst, indem du selber spielst mit dem Thema Exklusivität und, ähm, kannst du das überhaupt aushalten, wenn man, frage ich dich, längerfristig Gefühle für dich hat, ne, weil du scheinst es immer wieder, was jetzt überhaupt nichts Ungewöhnliches ist, ne, das ist wirklich eine super Mail, du scheinst es immer wieder zu zerstören, weil das nicht deinem Muster entspricht, so, ne, also deinem schlechten libyschen Muster sozusagen und, äh, dann zerstörst du es und dann wunderst du dich, wenn die mir dann sagen, ah, ich hab keinen Bock mehr und, äh, nee, das ist mir zu wackelig, das reicht mir nur für Freundschaft-Plus oder so, weil du das vielleicht, zusammen mit dem Mann natürlich, das ist eine Co-Kreation, zusammen mit dem Mann, der vielleicht die gleichen Themen hat, weiß ich, das wissen wir jetzt nicht, äh, das kreierst, dass ihr nicht in eine ruhige, stabile Beziehung kommt, weil es vielleicht zu scary wäre, ne, zu unruhig, ähm, also, wenn sie fragen, was mit anderen wäre, eifersüchtig reagieren, dann provoziere ich mehr anstatt, statt drauf einzugehen, grundsätzlich habe ich kein Problem mit Exklusivität, nur tue ich dann oft so, als müsse er sich das verdienen, ja, und dann denkt doch der Mann, dass er in einer Freundschaft-Plus-Schublade ist, also, wenn es gut läuft, gebe ich zum Beispiel Exklusivität, wenn er etwas falsch macht, nicht mehr, habe dann parallel etwas, kann man nur wundern, es ist aber nicht ernsthaft, dass Leute dich in die Freundschaft-Plus-Schublade schicken, also, es ist eigentlich wirklich eine super ehrliche Mail, also, wie gesagt, ich will dich da jetzt gar nicht, geht nur darum, dich da ein bisschen aufzuwecken, ähm, dass du siehst, du, weil du es unter Umständen nicht aushalten kannst, das ist eine ruhige, stabile Beziehung, also, vielleicht sind die, über die Männer reden wir hier gar nicht, vielleicht bringen die einen Teil dazu mit ein, ne, das kann schon sein, aber du kreierst dir hier, dass es nicht sicher ist, weil du auch nicht sicher bist, du bist nicht sicher für die Männer, ne, äh, und betone es extra, ja, das ist auch schon eine ganz schöne Spielebene hier, ne, bei Gefühlen ist es so, dass ich zu einem bestimmten Grad drüber reden kann, wenn er allerdings über seine Gefühle redet oder bestimmte Andeutungen macht, dann reagiere ich manchmal genervt oder kalt, das wäre wieder was für die Red Pillar hier, die würden ja wieder sagen, wenn der Mann zu nett ist, was ja auch stimmt häufig, muss man wirklich sagen, wenn der Mann, äh, zu nett ist und das, das, so trainierst du den Mann, wenn er nett und emotional ist, dann, äh, wirst du kalt und vielleicht sogar respektlos, ne, ne, trainierst du die Männer dann auch, äh, ja, dass sie so, klar, dass sie in ihrer Polarität bleiben, aber auch unter Umständen, äh, ne, ne, damit sie dir selber nicht zu nahe kommt, trainierst du sie so, dass sie auch dann wieder auf Abstand gehen und dann ist sie zu weit und dann holst du sie wieder ran, ne, hm, muss ich mal drüber nachdenken, ob dich das wirklich weiterbringt, ne, vielleicht hast du so eine heißgehaltene Mami oder Papi gehabt, aber, spielst du auch ganz schön mit den Männern, ne, muss ich schon sagen, ne, äh, ja, steht das auch, Männer sagen mir oft, dass ich sie wirklich verletze, ja, nimm das ernst, nimm das ernst und, ähm, versuch deinen Schmerzkörper zu finden, äh, kannst auch mal Eckart tolle Videos angucken dazu, äh, Schmerzkörper mal googeln, dass du so merkst, da ist so ein Teil in mir, der will immer wieder dieses Drama haben und dann, und dann verletze ich und, ich weiß, das merkt man immer oft erst danach, aber das ist wirklich, glaube ich, so Entwicklung zu sehen, wo ist dieser blinde Fleck, wo ist dieser Schmerzkörper, dass du da irgendwann das schon vorher merkst, so, warum, das wollen wir ja nicht, dass wir uns immer verletzen, ne, äh, was ich nicht möchte und mich sogar selbst trifft, vor allem, da dies Unverbindliche, ich, das möchte ich gar nicht, sondern mir eigentlich etwas Ernstes wünsche, ich verhalte mich wie eine Playerin, möchte das aber eigentlich, äh, gar nicht sein und rege mich oft über mich selbst auf, ja, du bist eine Playerin, und bei dir ist es jetzt so, dass du, weil du beide Pole so gut bedienen kannst, Plus und Minus, äh, kann es sein, dass du manchmal Pluspolmänner anziehst, die sind ja dann zu langweilig, kann sein, dass du manchmal Minuspolmänner anziehst, ähm, also die Männer sind dann Player, dann leitest du drunter, und kann sein, dass du manchmal auch Männer anziehst, die genauso Plus, Minus sind, und dann spielt hier so ein, so ein Spiel, solange es keinen Spaß mehr macht, ne, kann man alles machen, führt aber nicht dazu, dass du, falls du das wollen würdest, dass du in eine stabile Beziehung kommst, und, ja, es ist garantiert viel Bindungsangst am Werk, also garantiert, sehr wahrscheinlich viel Bindungsangst am Werk. Dankeschön mal für die Antwort, und liebe Grüße, ich danke dir, und lass mir gerne ein Like da, wenn euch mein kostenloser Content gefällt, und ihr sagt, naja, möchte ich mal was zurückgeben, könnt ihr mir mal so ein Thanks da lassen, oder eine Kanalmitgliedschaft, könnt ihr mich gut mit supporten, oder ansonsten, macht die fucking Kurse, guckt nicht nur die Videos. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder.